Na hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asolid unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Berufsschläger und für diesen müssen wir alle 8 im Achievement aufgezählten Mobs im Grundsteig anwesend und in der Belagerung von Braalos auf dem Fähigkeitsgrad mythisch finden und bezwingen. Und den allerersten, den ich euch zeigen möchte, ist hier der Jägermeister Grat und der befindet sich im Kronsteig anwesend. Wenn ihr reinlauft im rechten, im ersten rechten Raum, das ist diese Jägerhalle und dort habt ihr gerade gesehen, habe ich rechts unten das Teil angeklickt und ihn beschworen und ihr könnt ihn nur beschwören, wenn ihr ein Lederer seid, der zumindest einen Skill von 75 in Battle for Azeroth Lederer habt. Es muss nur einer aus der Gruppe haben, dann kann derjenige ihn beschwören und alle bekommen ihn für den Erfolg angerechnet. So funktionieren übrigens auch alle weiteren von diesen Mobs bloß mit anderen Berufen. Den zweiten, den ich euch zeigen möchte, ist jetzt die Schneidertusse, die wir umboxen müssen. Und zwar müssen wir jetzt hier in der Jägerhalle, wo wir eben unten waren, nach oben laufen. Habt ihr gesehen, da gibt es so eine kleine Treppe, wo man nie lang läuft, aber hier für das Achievement braucht man sehen. Und hier sind auch ein Haufen Mobs drin. Und zwar haben wir hier die Näherin Johanna und die kann dann dementsprechend hier bei diesem Webstuhl quasi einen Schneider beschwören. Der braucht auch wieder einen Skill von 75. Wir hatten hier den Fall, dass wir in der Gruppe erstmal keinen Schneider hatten, deswegen hatte ich mir noch aus dem Stream einen dazugeholt. Es kann hier jeder einfach easy mit reinlaufen, quasi den Mob beschwören, dann wieder rausgehen und derjenige, der das Achievement haben will, wieder reinlaufen. Also das funktioniert auf jeden Fall, falls ihr jetzt keine Gruppenausstellung habt, wo alle Berufe vertreten sind. Denn ihr braucht fast jeden Beruf für das Achievement in den zwei verschiedenen Innis, um alle Mobs beschwören zu können. Also hier oben über der Jägerhalle ist der zweite Mob, der Schneidermob, unsere Johanna. Dann den nächsten Mob haben wir dann hier im Hof bei dem Brunnen. Und da ist so eine kleine Knospe. Das kann dann nur von einem, Kräuterkundler aktiviert werden. Und dort haben wir die Liese. Und ja, die einfach mit dem Kräuterkundler beschwören, umboxen und ihr habt dann auch schon die dritte im Bunde. Die nächste, die ich euch zeigen möchte, ist auf der linken Seite von der Instanz. Und zwar haben wir dieses kleine Buch hier. Da brauchen wir einen Inschriftenkundler. Und dann kann man quasi hier die Tabitha beschwören. Und bei der sind wir auch einmal gestorben, weil andere Leute noch hier in der Instanz rumgehen, irrt sind, Mobs gesucht haben. Und es hat aber trotzdem gezählt, der Mob war dann weiterhin da. Und man konnte quasi es für das Achievement weiterhin anrechnen. Also wenn man da stirbt, ist auch kein Problem. Normalerweise stirbt man da nicht. Den fünften Mob und letzten in der Instanz ist hier unten im Keller. Das ist dann der Kochmob. Und zwar ist das der Jakob. Und da muss man auf diese Flasche draufdrücken. Und dann kann man einfach beschwören. Also das einfach in den Keller runterlaufen. So, jetzt sind wir in der anderen Indie. Das sind nämlich die anderen drei in Belagerung von Boralos. Und den ersten, den ich euch zeigen möchte, ist hier einmal unser Ingenieursmob, der im Dreschenator 3000. Und dann sind wir gerade vom ersten Boss einfach ticken zurückgelaufen in den Raum davor. Und da einfach mit dem Inji den anquatschen. Und hat dann den Dreschenator 3000. Der nächsten ist nach dem zweiten Boss. Bei dem Weg muss man hier einmal kurz nach unten abbiegen. Und da haben wir diesen Schmiedehammer. Und wenn man den anquatscht, haben wir den Schmiedemob. Und zwar ist das Brutik. So heißt der Brutik. Und den allerletzten, den wir haben, ist dann nochmal ein Stück weiter vom Brutik den Weg entlang hochgelaufen. Und zwar haben wir dann den Alchimob. Und das ist Liz. Und die befindet sich hier, bevor man die Treppe nach oben läuft, dann quasi zum dritten Boss hoch. Hier in dieser kleinen Einbuchtung dieser Schenke haben wir Liz drin. Und ja, dann damit hätten wir alle acht Mobs abgehakt. Wie gesagt, es sind fünf im Grundsteig anwesen, drei in der Belagung vom Boralus. Und ihr braucht halt Lederer, Schneider. Dann braucht ihr Kräuterkunde, Inschriftenkunde, Kochen, Schmied, Inji und Alchi. Also ein ganzer Haufen Berufe. Ihr könnt jederzeit andere Leute in eure ID reinholen und ja, dementsprechend das Zeug aufmachen lassen. Solange die die Bosse hier nicht umhauen, kriegen die auch keine ID. Wer auch immer seine Multiplus 0 unbedingt safen will. Aber theoretisch ja, es sind ja noch Boss-IDs, Boss-Loot-IDs und keine Ausschluss-IDs, wo ihr dann gar nichts mehr machen könnt. Also theoretisch kann euch da jeder aus der Gilde oder Freunde, die ihr kennt, kurz mal helfen. Die haben da auch keinen Nachteil von. Also das gibt dann keine Boss-ID oder irgendwas. Das sind nämlich nur so kleine zusätzliche NPCs. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.